Am besten gehen Sie über die Rampe in die Tiefkereise. Die Tiefkereise sind 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 in die Tiefkereise. Agent außer Gefecht. Schwere Verwundung entdeckt. Lass dich dich da! Lauf! Irgendwie rum? Au. Irgendwie rum! Rund's kaputt. Was ist das? Dieser Einschnitt entkommt uns nicht! Man am Boden! Sieht nicht so schlimm aus! Sieht nicht so schlimm aus! Was ist das? Diese Teile scannen. Die Teile scannen. Die Teile scannen. Sie müssen eine Ruhmantelung durch die Wohnung verwenden. Wenn Sie sie mit einem Sprengkopf und einem Antrieb versehen, brauchen Sie nicht mal mehr ein Leitsystem, um das weite Haus oder eine Siedlung zu teilen. Es sollte eigentlich klar sein, aber wenn wir Raketen herumliegen sehen, stellen Sie sicher, dass sie nicht mehr benutzt werden können. Das wurde nicht einfach! Verdammte Agent! Genau das wollten wir hören! Wir haben jemanden verloren! Datenbanktreff verweist auf Bezeichnung LMR-90. Das ist dann wohl die Rakete. Bitte neutralisieren Sie das verdammte Ding. Mit allen Mitteln. Verdammt! Das Bergungsteam ist gerade auf diese Verstärkung getroffen. Sie brauchen Unterstützung. Das Gerät. cry, die Musik darauf überlassen zu können. Was ist das? Es ist nicht gut. Auf Sie! Deck mich mal. Ich muss nachladen. Feind ist nah. Heilige. Die Munitionsfabrik der True Suns ist außer Betrieb und sie haben eine Menge Nachschub verloren. Und die Siedlungen können diese Werkbänke und Werkzeuge gut gebrauchen. Also war heute insgesamt ein guter Tag. Untertitelung des ZDF für funk, 2017